Die Rede des CSU-Oberbürgermeisterkandidaten Michael Czerny hat ca. 27 Minuten gedauert. Sie war voll gefüllt, nicht nur mit Energie, sondern auch mit viel Inhalt. Ein großes Thema ist natürlich auch die Innenstadt. Ich sage jetzt ganz einfach die Stichworte mal, Forum Bürgerspital Areal. Ja, also die Innenstadt ist für jeden in Amberg, glaube ich, mit das wichtigste Thema. Und es gibt wahrscheinlich keinen Amberger, der nicht leidet, wenn er dort oben vorbeigeht und sieht, wie die Frequenz im Kundenstrom abreißt. Und der vielleicht sogar mit ein bisschen Wehmut zurückdenkt an die Zeiten, als dort ein Kaufhaus mit Kaffee oben im obersten Stock war. Und deswegen ist es für uns in Amberg schon wichtig, dass wir neben der Belebung, die ja jetzt angestoßen wurde auf dem Areal des Bürgerspitals, auch gleichzeitig das Thema Forum jetzt dann lösen. Man muss natürlich aber auch sagen, man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Wir wollen eine positive Entwicklung anstoßen. Wir wollen, dass dort ein attraktiver Platz entsteht, auf dem sich die Menschen treffen. Dass dort attraktive Einzelhandelsgeschäfte entstehen, aber auch Wohnraum für viele Bürger, die wirklich gerne zu uns in die Stadt ziehen und die sich freuen würden, dort eine attraktive Wohnung und natürlich auch einen Tiefgaragenstellplatz zu bekommen. Das ist unser Anspruch für die nächsten sechs Jahre und das wollen wir auch so umsetzen. Daran müssen wir uns messen lassen. Innenstadt ist das eine, Wirtschaft natürlich das andere. Also welche Visionen hat der, ich sage jetzt einfach mal, der künftige Oberbürgermeister von Amberg in die Zukunft gerichtet, diesbezüglich? Na ja, es klingt immer so pauschal, wenn man sagt, wir brauchen zusätzliche Arbeitsplätze, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, stabile Arbeitsplätze, damit die Leute auch Geld in der Tasche haben. Denn nur wer Geld in der Tasche hat, der kann auch einkaufen und bei uns in der Region sein Geld auch wieder ausgeben und dadurch wieder erneut Jobs sichern. Wir wissen, dass das nicht einfach ist, denn um Arbeitsplätze buhlen alle Städte. Wir waren die letzten Jahre erfolgreich, haben zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schaffen können. Was jetzt als nächstes fehlt, sind wirklich Gewerbeflächen für die Betriebe, bei denen es gut läuft und die sich ausweiten wollen. Und das zweite Ziel, das wir damit verbinden, ist ein hundertprozentiger Ausbau mit schnellem Internet in der Stadt und in unseren Gewerbegebieten. Denn mit der zunehmenden Digitalisierung werden immer mehr Arbeitsplätze von den neuen Medien, von einem schnellen Internetanschluss abhängig. Und für diese Rahmenbedingungen müssen wir als Stadt sorgen. Und mein Ziel ist es, bis 2015 alle Privathaushalte, aber auch alle Gewerbegebiete mit dem schnellen Internet in Amberg zu versorgen. Und wenn wir das haben, dann wollen wir natürlich auch gezielt in einem Clustergedanken an die Firmen herantreten, die heute schon Geschäftskontakte zu den großen Playern in unserer Region haben, die also mit den Maschinenbauern zusammenarbeiten und dort gezielt Firmen ansprechen, ob sie nicht auch ein Firmensitz zu uns und damit zu ihren Hauptkunden nach Amberg verlagern wollen. Welche Rolle spielt das interkommunale Gewerbegebiet? Für die Stadt Amberg ist die Zusammenarbeit mit den Landkreisgemeinden sehr, sehr wichtig. Gilt aber auch umgekehrt. Denn wir haben in Amberg eigentlich ein sehr beschränktes Flächenkontingent. Also unsere Flächen sind sehr beschränkt. Umgekehrt haben die Landkreisgemeinden zum Teil sehr große Flächen, aber natürlich nicht die Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung, wie es die Stadt Amberg hat. Und wenn wir uns da zusammentun, dann können wir, glaube ich, für die Region sehr, sehr viele erreichen. Das betrifft Ursen-Sollen, das kann auch Kümmerzbruck betreffen. Also mit allen Landkreisgemeinden wollen wir hier zusammenarbeiten. Der Arbeitsplatz in der Region ist für uns wichtig. Und ob er links oder rechts der Stadtgrenze dann entsteht, ist dann erst zweitrangig. Die OTH spielt ja auch eine sehr, sehr große Rolle. Und die Visionen des Oberbürgermeisterkandidaten Michael Czerny sind ja, dass Amberg nicht nur zur Einkaufsstadt wird, zu einer sehr guten Einkaufsstadt, sondern auch zu einer Studentenstadt. Wie ist das zu verwirklichen? Also Studentenstadt heißt aus meiner Sicht, dass sich die Studenten bei uns in Amberg wohlfühlen und dass sie sagen, jawohl, die Stadt, in der ich studiere, das ist ein Stück neue Heimat für mich geworden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier dauerhaft bleibe. Und wenn die Studenten auch das Leben in der Altstadt bereichern, glaube ich, dann haben wir diesen Wunsch nach lebendiger Altstadt schon ein bisschen erfüllt. Und wir können auch im kulturellen Bereich davon profitieren. Die Studenten sind aber auch wichtig als Fachkräfte für unsere Wirtschaft, vielleicht auch als Existenzgründer, denn da gibt es ja die eine oder andere Idee, die sich wirklich dazu eignet, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Wie wollen wir da rangehen? Ich glaube, die Schritte sind relativ einfach. Wir haben schon das Semesterticket für die Studenten beim Parken beantragt. Aber es sind auch Dinge wie eine Begrüßungsfeier, die heute die Hochschule eigentlich in ihrem eigenen internen Rahmen abhält. Und ich möchte die Studenten zu mir ins Rathaus holen, sie gemeinsam mit dem Präsidenten begrüßen und dann auch am besten noch die Kneipenwirte aus der Innenstadt dazuholen, damit die auch gleich ihre Kneipen vorstellen können. Oder was mir ein echtes Anliegen wäre, mit den Mediendesignern, Mediengestaltern, die machen immer wieder Kurzfilme, vielleicht so einen kleinen Amberger Oscar zu entwickeln, wo dann die Studenten mal richtig cool in der Stretchlimo vorfahren und über den roten Teppich ins Kino gehen. Das wären solche Aktionen. Ich glaube, die können wir uns als Stadt Amberg leisten und für die Studenten wäre es ein echtes Signal, dass sie sagen, jawohl, die Stadt möchte mit uns gemeinsam was machen und dann gewinnen wir die Studenten auch für uns und für unsere Region. Das Wahlprogramm der CSU ist sehr umfangreich. Hier jetzt noch länger zu reden, das würde sicherlich noch eine Stunde dauern. Aber jetzt auf die nächste Legislaturperiode hinzielen, was muss sich im Stadtrat ändern? Ich glaube, neben den ganzen inhaltlichen Punkten ist wirklich die Zusammenarbeit im Stadtrat einer der wichtigsten Punkte. Wir haben es die letzten Jahre erlebt, dass hier Blockadehaltungen entstanden sind, dass Zwistigkeiten die Entwicklung unserer Stadt wirklich negativ beeinflusst haben. Und wenn wir heute unsere Wirtschaftsförderer fragen, wo sind die Stärken und Schwächen unserer Stadt, dann müssen wir leider zugestehen, dass das Image des Stadtrats zu den Schwächen der Stadt Amberg gehört. Und wir müssen dahin kommen, dass sowohl unsere Wirtschaftsförderung, wie auch die Investoren sagen, jawohl, in Amberg, der Stadtrat, der will, der will nach vorne was bringen und mit denen arbeiten wir gerne zusammen. Deshalb mein wichtigstes Ziel für die nächste Legislaturperiode, ein gutes Miteinander im Stadtrat, dass alle Stadträte sagen, gemeinsam für Amberg. In diesem Sinne bedanke ich mich für das Gespräch und für Ihr Interesse und wünsche eine schöne Zeit noch vor den Wahlen am 16. März. Amberg